Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ihr seht bereits, ich bin ein kleiner, süßer Fiddlesticks. Und was ihr aber nicht seht, wir befinden uns hier nicht in normalen Modus, sondern wir befinden uns auf Aram. Ich hab gerade wieder Lust auf Aram, es gefällt mir momentan sehr gut. Es war gerade ein hin und her getauscht, da ich ja Ryze, Fiddlesticks, Ash und Ari alle spielen kann. War das gerade ein hin und her getauscht, bis ich mich entschieden habe dafür, dass ich Fiddlesticks spiele, weil er Ari gut konnte, er konnte aber nicht mit ihm tauschen, glaube ich. Weil er nicht Ryze hatte, deswegen habe ich erst mit Ryze getauscht. Irgendwas so, was war das. Haben wir hier noch her getauscht, jetzt bin ich Fiddlesticks. Kann ich am schlechtesten von den vier, aber ich denke mal, das wird trotzdem hinhauen. Was ich mir so ein bisschen problematisch vorstelle, ist, dass wir eine Jinx im Gegnerteam haben auf Aram. Ihr kennt das ja, da rennt das ganze Team dann mit 10% Leben rum und dann haut Jinx hier Rolty rein, dann macht sie ganz schnell mal einen Penta. Ja, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, glaube ich. Wenn ich sehe, dass die Ulti fliegt, versuche ich wahrscheinlich, also wenn ich sowas sehen sollte, dass da irgendwie sowas passieren könnte, versuche ich wahrscheinlich rein zu rennen, mich da vorzustellen, damit nicht alle sterben. Muss man mal schauen. Ich finde die Klinge aber geil, muss ich sagen, ich finde die Klinge geil. Aber ich kann mir auch Fiddlesticks ulti geil vorstellen, wenn ich reinspringe in so eine Horde von 10% Lorn, mich da an ihm permanent hochheile, im Tower vielleicht, und dann auch noch nebenbei alle tötet, das ist natürlich auch geil. Aber da mache ich auf jeden Fall viel AP. Ryze ist auch noch so ein HAP-AP-Champ. Der hat man ja sehen. Ich glaube, ich kaufe erst mal gar nichts, damit ich dann direkt mit 3 mal starten kann. So. Willkommen in der heulenden Schlurz. Ich tanze ein bisschen. Oh, Beruf ist es dann. So, danke für dein Leben. Fiddlesticks am Anfang ist mega hart. Fiddlesticks, Fiddlesticks. Warte. Warte, wir lassen sie erst mal den Po-Ruppen haben. Das wird natürlich mega abgehen, wenn wir Fiddlesticks haben. Ich glaube, ich kann mich permanent aufheilen, das ist bei Aram mega hart. Also bei Aram ist so ein Jump eigentlich unerlässlich. Und da hast du so Barker mit verziehen. So. Und schade eigentlich. Ja, ich habe den Runder mehr noch bekommen. Genau das hatte ich vor. Und jetzt komme ich mit dem Stab zurück. Auch das hatte ich vor. Dann kann ich mir eventuell noch einen Ring kaufen. Und dann bin ich schon bei 137. Und das wird mega heftig jetzt. Die werden sich sehr wundern. Ja, ich habe den hier. Sooo, Moment. Na wer will, wer will den Fiddlestick enden? Ja wie gesagt, meine Q hat nicht geklappt, das voll ist gut. Meine Q hat nicht geklappt, yay! So, ich kaufe uns auch einen Donuts Ring. Come on, Blade F. Ist okay, tschüss doch mal, ist doch nur Aram. Wie kriegst du mega viele EP, egal ob du mal liest oder gewinnst? Das ist echt so ein richtiger Fun-Mode, den man ihn gerne hat. So wie läuft das doch, oder? Was meint ihr, da hier für den Fiddlestick? So. Und... Farmen, 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 farmen. Fiddlestick enden. Fiddlestick enden. Let me. Ohhhh, gib mir deine Power. Power. Und das Stern wird da in der Stimmung. Oh, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. So, da komm ich jetzt in Fiddlesticks und dann geht's ab. Fiddl, 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 Fiddl. Okay. Oh, Mach das richtig fertig. Aber Fokusen, die mich so an das ist heftig? Oder auch mich zu fokusen? Okay, die komm, komm ich dran. Ich fokus mich echt hart. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen sicherer spielen? Das ist der Moment in dem du dich bewegen solltest, das ist der Moment in dem du dich bewegen solltest, das ist der Moment in dem du dich bewegen solltest, oh mein Gott, Fiddle, go, 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 Fiddle. Das ist der Moment für dich. Boah, krass. Der Jarman sofort nicht fokusset. Der doch Hitler schon. Und so rar ist Hitler bei den Kills. Reicht immer noch nicht für die Schuhe, oh mein Gott, Fiddle, ständig. So, da ist Jynx. 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 Seffkennst duñk? So, da ist Jynx. So, da sind Jynx. So, da ist Jynx. Da hat noch einer gestorben, auch die überschätzt sich. Schade, das war nichts. Racer dich vielleicht ein bisschen beschützen. Gut, da bin ich dann nochmal weggegangen. Vielleicht habe ich meinen Heal für das ganze Team. Man kann sich hier nicht so gut aufhören, indem wir hin, seit die alle weniger Leben haben. Und... Und... So... Er hat eingehealt. Wo macht der Entschaden? Oh mein Gott, das ging ab. Oh... Oh... Er stoppt nicht. Er stoppt einfach nicht. Okay aber Jinx stoppt jetzt noch. Und... Nice. So will man das sehen. Philistix kommt jetzt mit seiner Arm. Und... Und... So will man das sehen. Mit noch mehr Power zurückkehre. Das geht ja hier bei Ahrens mega schnell. Deswegen trinke ich einen Kaffee und warte. Ich kann stehe eigentlich neben mir die ganze Zeit. Jetzt ist der T kalt. Oh, das ist natürlich so. Was? Der T geht unserem Ende zu? Was? Der T! Er geht unserem Ende zu! Wieso? Ähm... Philistix kommt! Philistix kommt! Philistix kommt! Philistix! Er ist hier und dort und überall. Du siehst ihn nicht. Du siehst nur den Knall. Das ist ein Philistix. Ich bin der Philistix. Ich kille und freue mich. Da da da. Wir wollen den Knall. Da da da. Da da da. Genau. Jede. Loll. Cool. Also bisschen Leben wäre schon cool jetzt. Ist. So. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Renn, 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 renn. Reiß, reiß, reiß. Reiß, reiß, reiß. Und ich kann mir sogar noch alle anderen Items taugen, das ist natürlich nice. 63, 8, ja, ich hab' mittlerweile die Jinx, das hat die schon, die ist noch nicht so viel. Oh, für das schon mehr als ich. Nee, doch, na gut, kann man sehen, wie man möchte. So. Für Peldova. Wer ist Peldova? Keine Ahnung. Oh, der Bohu. Füttert das Bohu. Füttert das Bohu. Füttert das Bohu. Ooooooh. Ooooooh. Dankeschön. Du hast noch Schrecken hier. Und da hab' ich ein Finnel gemacht. Sie wurden gefittelt, mein Lieber. Sie wurden gefittelt. Gleiches. Das ist dann genau. Ooooooh. Ooooooh. Nice. Keiner gestorben dabei Da haben sie zwei Ultis für mich geballert Die haben echt ein bisschen Angst vor mir habe ich so das Gefühl Ich kann nicht mit dem Kipp mal Ich müsste es mit dem Ryzen bisschen schütteln Durch den Heal, mega gut Schade eigentlich Aber Arya hat noch einen Kill gemacht Und jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Power Abklingzeit, das hört sich gut an Gefidelt auf jeden Fall Okay, 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 okay Oh, 3 ist Dadary Und gute Nacht Ey Leute können wir ruhig helfen Oh Und ja, die kriegste ja wohl locker in dieser Araka Käfige sie los, Käfige sie doch LOL Hoffel, XD und so ein Zeug Äh Zaubervampir ist glaube ich eine ganz gute Sache Obwohl, warte Doch, Zaubervampir ist eine gute Sache Ist eine gute Sache Ich ne gute Sache Obwohl, ne Momentan Werfen werden wir sogar Bessere Schuhe Durch die Magie Durchdringen Und ich darf nicht vergessen meinen Sonjas zu aktivieren Da hätte ich wahrscheinlich gerade den Hops gerettet Aber sie können für uns Wir führen Recht stark Ich hab jetzt wieder einen Supporter-Fiddle Wir sind alle Supporter Bei Ara gibt's nur Supporter Bei Ara gibt's nur Supporter Äh, soll? Ich glaub man sollen das nicht benutzen Ja komm Ryze, sie ist zu locker Ryze, frechen Schaden Ryze, frechen Schaden Komm Ryze Go, 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 Ryze Oh mein Gott, geil Ein Gegner wurde getötet Ich würde mein Sonjas gar nicht starten Ich hab draufgedrückt Glaubt es mir Glaubt es mir doch, bitte Äh, wer wohnt in einer anderen Er ist ganz liebem Meer Fiddle Sticks Ich fiede Fiddle do fiedis Hol dir wird sie im Namen der Wissenschaft Go, 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 go Ich mir vor lustig aus Das ist ein Fiddle, wir ancalation stehen Du musst ein Fiddle sein Jetzt wird's Fiddleick Jetzt wird's Fiddle-Sticks Oajoo Tee hier Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für das Leben. Hallo, nicht mein Leben spendendes Zeug kaputt machen. Das brauche ich doch noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist süß. Oh, ich glaube der hat, nee der hat auch gerade auch nicht. Hat das eine wirklich? Ich würde weggehen. Wenn er da reingehaut hat, ist das wahrscheinlich sein Ulti. Ja, noch nicht. Geil. Wirklich, kann man denn alle Ultis auf mich fliegen? Das ist so krass. Ein Gegner wurde getötet. Price könnte ihn theoretisch echt locker tower difen, macht aber nicht. Oh, die hole ich mir das ja, deswegen klingt es ja auch gut aus. 500 AP. Okay. Gut, abkriegen Zeit. Ich kann meinen Ulti fast wieder setzen. So, da wollen wir los machen. Oh, 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 ah nicht, stopp. Fiskillt ihn. Killt das Chiffero Geht so gut noch irgendwas zu erreichen. Und da kommt härme 50 AG an, der fast noch da gibt. Da kommt dann. die garen und die ständig dazu noch das ist so krass er macht einen guten job sagt lady macht gut job ich bekomme gut aufs Mund und ich bekomme äh warum es halt gut gar wechseln ähm das zu tun und Ari rennen oh mein Gott, Ari rennen, Ari rennen Ari nein nicht mit mir Freundchen das voll ist nicht so gut come on we can lose this now oh ja ja oh no oh shit oh no really this is so fucking shit no äh ich hab nicht fucking gesagt ich hab foa-ging gesagt das ist die neue frosch laufart wadafuk bit hoch für einen füllen wala wala für millions fügen die gegen ja tunk oh mein gott ist aber der Fiddle benötigt Fiddle, es ist Fiddle Geschwindigkeit und der nächste wird gestorben ich brauche eine Gefiddle, ich brauche eine Gefiddle, ich brauche eine Gefiddlelichkeit Fiddle, zeig doch mal los ich bin ein Fiddle, du bist ein Fiddle, wir sind alle Fiddle jawoll, das war am Ende doch mal mega gut ich habe jetzt glaube ich die 3- oder 4-fach Fiddle hingelegt das gefällt mir mega genial wir haben gewonnen ja ich würde sagen, bei Aram finde ich, ist es immer noch ein Spaßspiel man kann nicht gewinnen oder verlieren, weil man einfach so viel EP kriegt dafür, dass es unmoralisch was ist wir sehen uns beim nächsten Spiel, meine lieben Damen und Herren wenn ihr wollt, dass ich für den mal am richtigen Spiel benutze dann sagt Bescheid, dann probiert man das mal aus aber ich glaube, das wird ja nicht so funktionieren und ansonsten, wir haben einen schönen Tag ja, der ist hier eine bodenlose Gletscherspiele